Bei allem, was recht ist auf dieser Welt. Der Radio-Zusah-Rechtstipp mit dem Uelzener Anwalt Christian Teppe. Wenn Schnee und Eis die Straßen glätten. Jeden Winter haben wir die Situation, ganz egal, ob in einem warmen oder in einem kalten Jahr, dass es Glatteis gibt, dass ein bisschen Schnee fällt und dass der eine seinen Bürgersteig fegt oder seine Straße und der andere nicht. Früher sah man noch viel, viel mehr öffentliche, kommunale Fahrzeuge, die die Straßen von Schnee und Eis befreit haben. In den vergangenen Jahren haben immer mehr Kommunen, Städte und Gemeinden Straßenreinigungssatzungen und Straßenreinigungsverordnungen erlassen, wo sie diese Pflichten ihren Anwohnern, ihren Bürgern mehr und mehr übertragen haben. In vielen Dörfern findet überhaupt gar kein Winterdienst mehr statt. Und die Anwohner ärgern sich darüber, dass nun vor ihrer Tür nicht mehr der Schnee geräumt wird, aber wissen häufig gar nicht, dass sie nämlich selbst dazu verpflichtet sind. Es empfiehlt sich also dringend, in die entsprechenden Vorgaben nachzusehen, wo sie dann die Straßenreinigungspflicht auch an öffentlichen Grundstücken entlang den Anwohnern übertragen haben. Wir hatten kürzlich den Umstand, dass sich jemand massiv geärgert hat, dass vor seiner Tür nicht gereinigt worden ist und sein Sohn dabei sogar einen Unfall erlitten hatte. Und bei der Prüfung der Sach- und Rechtslage mussten wir dann feststellen, dass die Gemeinde gar keinen Fehler gemacht hatte, sondern er selbst. Denn er hatte diese Vorschriften nicht gelesen, hatte die Straßenreinigungssatzung und auch die Straßenreinigungsverordnung nicht gelesen. Und daraus hätte er erkennen können und müssen, dass er selber zur Reinigung dieser Flächen verpflichtet gewesen ist. Wenn jemand das nicht weiß, schützt ihn das nicht davor, dass er haftpflichtmäßig auch von denjenigen, der sich dort ein Bein bricht oder sonst stürzt, in Anspruch genommen wird. Das heißt, auch die Grundstückshaftpflichtversicherung sollte man dringend, dringend überprüfen.